Ey, 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 ey! Ich wollte hier einfach nur vorbeigehen. So, 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 genau. Ich wollte einfach nur hier dran vorbeigehen. Oh, wow! Was hab ich denn da grad für ne Waffe in der Hand? Au! 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 Aua! Echt mal! Ja, pfff, gut. Nicht das... Nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Ja, pfff, gut. Es heftig. Nur mein kalter, toter Kadaver wird sich dir je beugen. So, und... den da. Oh, 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 oh! Gebt euer Bestes! Lass mich nicht aufschlitzen! Gracias! Meinen Dank! Mein Leben gehört euch, Capitalo! Ich drücke immer den Faltenknopf. Es gibt 22 Thronen hier in Nassau. Oh. Jetzt. Haben die Angst vor dem Fass? Ah, da lande ich im Sperrgebiet. Wow, 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 wow. Also, los geht's. Uiuiuiuiui. Okay. Ja, das ist sehr schön, dass du versuchst, den da oben mal anzugreifen. Lass mich hier wieder raus, bitteschön. Fallen lassen. So. Irgendwo. Nein, da schon mal nicht. Springen. Ah, ich hab einen gesehen. Oh, das ist ganz beschissen gelaufen. Das ist definitiv ganz beschissen gelaufen. Oh, oh, ich lebe noch. Nicht, nicht sonderlich, aber ich lebe noch. Entweder brich ich mir gleich die Beine und sterb deswegen, oder... Stopp, ich will nichts mit dir tun. Das ist gut. Ei, 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 ei. Da schon mal nicht. Was haben wir denn, wen haben wir denn noch hier? Da geht's... Durch ein Sperrgebiet? Ne, ne, ne. Waffenladen, okay. Sind die anderen auch im Sperrgebiet? Truhe? Ich seh dich. Ich muss nur noch hinkommen. Ich seh dich. Ich muss nur noch hinkommen. So, 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 so. Erbeuten! Zwei Truhen von Nassau. Eui, 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 eui. Okay. Und die sind, natürlich sind die in dem Sperrgebiet. Nachladen. So. Hab ich ihn getroffen? Munition plündern. B halten? Gerne. Aber. Nein. Wer den Rotrock seine Nase in meinen Brei steckt, schneide ich sie ab. Das höre ich. Und jetzt lande ich wieder im Sperrgebiet. Ge-ge-ge-gebiert, genau. Immerhin habe ich schon drei Truhen erbeutet. Hey! Zwar noch viel zu wenig bisher rekrutiert, aber ich habe schon mal zwei Truhen. Ähm. Genau, lass mich mal hier hoch. Hier hoch? Da haben wir doch. Da haben wir doch. Uiuiuiuiuiuiui. Ich habe ja auch noch einen Rettung. Schenti! Nee, nee, nee. Komm, ich muss mich jetzt... Irgendwann muss ich mal hier mal was machen. Ach, die da. Kann ich einen von den beiden retten? Ich kann sogar beide retten. Oh, ho, ho, ho. Ja. Da hatte ich wohl was vergessen. Genau. Gut, gut, gut. Kugeln sind voll. Macht nichts. Wuhu. Beide brechen. Oh, doch nicht. Du kannst Parkour. Ähm. Kriege ich das zufälligerweise... Kriege ich das gerade nicht angezeigt? Das ist echt schade. Ähm. Da wird's rot. Da wird's rot. Da wird's rot. Da will ich doch hoch. Da wird's rot. Da wird's rot. Ja, da möchte ich hoch. Ähm. Crew aneuern. Sehr schön. Wenn ich mich weiterhin so geschickt anstelle, dann wird das auch noch was hier mit meiner Crew. Bin schon bei 10 von 15. Okay. Dann hab ich da hinten ein bisschen Mist gebaut. Definitiv. Gesundheit. Ähm. So oder so wirst du mitkommen, oh Hund. Nein! Nein! Ihr seid so verrückt wie ein Seewolfer-Blutrausch. Hab ich ihn? Hab ich ihn? Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Jawoll, ja! Du musst nicht irgendwo woanders kaufen, gute Kinder. Nachladen. Gut. Warte. 15 brauche ich nur. Dann. Nein, 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 nein.... Ach, hier wieder die nette Rüstung. Ok. Ach, Ok! Ach, genau. Genau, ich muss ja auch unbedingt... Ja, schieß mal. Genau, Wumms! So, manchmal habe ich das Gefühl, ich spiele auf einem falschen... Falschen, falschen... Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, ich spiele nicht in Deutsch. Auf Deutsch? Komm. Ah, ich war noch nicht fertig. Erbeuten. Dankeschön. Nachgeladen ist meine Waffe. Im Sperrgebiet bin ich immer noch. Nein! Da wollte ich nicht runter. Aber irgendwo... Irgendwie... Hier sollte ich wieder hoch. Hier sollte ich erstmal wieder hoch. Das bringt mir, glaube ich, nicht viel. Schön einmal hier weiter. Ne, der andere Ast. Booyah! Jetzt laufe ich schön die ganze Zeit mit dem Sperrgebiet rum. Ah, hier komme ich hoch. Endlich geht's weiter. Wiii... Jabba! Jabba-dabba-ding-dong! Ach, wie praktisch die das hier alles hingebaut haben! Nicht wahr? Hier rüber... Hier... Wow! Also ich weiß, ich will das nicht schaffen. Aber okay. Hier wieder runter? Moment... 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 Wann... Hier? Haha! Hier komme ich nach oben! Ich bin... Ach, wo läufst du denn hin, Junge? Also... Moment lang habe ich gedacht, ich mache das falsch. Aber okay, es war doch ein Attentat! Hahaha! Hahaha! Und komme ich jetzt hier runter? Natürlich... Nicht! Ähm... Ich habe ein Fragment erhalten! Sehr schön! Langsam hier rüber, langsam hier rüber... Und... Attentat! Gut! Nein... Ach, hier oben drauf! Komm, hier oben drauf! Natürlich hier oben drauf! Wo ist es denn? Wo ist es denn?